Come on, get up! Ich freue mich auch schon sehr auf die Spiele und natürlich auf die ersten Spiele der Meisterschaft und hoffe euch natürlich zahlreich wiederzusehen. Ja, das Wetter schaut leider Gottes nicht mehr so prickelend aus wie noch am Vormittag. Es ist immer noch ganz schön heiß, aber es sieht nach Regen aus. Macht nichts, ein bisschen Abkühlung gar nicht schaden. Ich freue mich zumindest schon sehr auf das Spiel in Donaufeld, denn Donaufeld ist eigentlich immer noch ein gutes Pflaster für uns Vienna gewesen. Es gibt schon legendäre Spiele, Vormittagsspiele am Sonntag, wenn ihr euch noch erinnern könnt und und und. Es wird sicherlich ein schöner Abend werden draußen in Donaufeld und ein gutes Spiel. Ich hoffe, unsere Mannschaft schlägt sich wacker und ich bin euch zuversichtlich. Und ich hoffe natürlich euch zahlreich zu sehen und dass wir gemeinsam eine gute Stimmung machen. Also, auf nach Donaufeld! Kamen Vienna! Keine Stimme Keine Stimme Keine Stimme Keine Stimme Untertitelung des ZDF, 2020 Ja meine Lieben, heute ist schon das zweite Match am Samstag. Heute spielen unsere Viener Legenden gegen eine Schönbrunn-Legende, ich habe da nur wenige erkannt von den Viener Legenden, aber es ist Lunetzko. Ja, schauen wir mal, wer da so alle mitspielt und dann, ein bisschen später, spielen unsere Kampfmannschaft. Ja, ich habe euch ja angekündigt, dass ich auch gerne die Damenmannschaft unterstützen würde. Da habe ich angefragt, aber da ist kein großer Bedarf signalisiert worden. Schade, würde aber gerne trotzdem weiterhin unsere Damenmannschaft ein bisschen medial unterstützen. Gestern das Spiel war nicht unerfolgreich, 1 zu 1 gegen Donaufeld. Ja, war ein gutes Match, hat gut ausgesehen, hat mir schon sehr gut gefallen und Stimmung war in Ordnung. Trotz, ja, nicht so besonders schönem Wetter wie heute, Sonne scheint. Ja, freue mich schon sehr auf einen spannenden Samstagnachmittag mit unserer Viener. Also, schauen wir uns das an, kam in Vienna. Hans-Luz in Let's Go, heute beim Legenden-Spiel. Wie ist es da gegangen? Anstrengend. Also, da kann ich mir vorstellen. Die Hitze, bin ich geflossen vorher, aber es hat Spaß gemacht. Verstehe, denkst du noch ab und zu an die Wiener? Ja, immer, es ist immer präsent die Wiener. Warum soll nicht an die Wiener denken? Die Wiener hat dich auch nicht vergessen. Genau, so ist es. Ist es fein, dass du einmal im Dress wieder mal zu sehen? Ja, wir sind eh öfters beieinander, die alten. Also, wir haben im Jahr sicher so 10 Match und auf das gefallen wir es immer wieder. Und es macht immer wieder Spaß, mit dem alten Feind ein Spielchen zu machen. Super, na dann hoffe ich, dass wir uns noch öfter sehen. Jawohl, was gut ist. Super, super, super. Absolut. Musik Liebe Werder-Fans, das war das Doppelspiel, Freitag Samstag, 5 zu 4 gewonnen hier in Hetzendorf gegen Schönbrunn, Nachwuchsmannschaft, war ambitioniert, vom spielerischen her natürlich noch ein Potenzial nach oben, aber ganz egal, jetzt geht's los, jetzt beginnt die Meisterschaft am Samstag gegen Großfeld, Siemens, ja, das verspricht einiges an Spannung, natürlich hoffen wir natürlich alle, dass wir aufsteigen, aber natürlich schauen, wie die Mannschaft so spielt, ab Samstag, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen, würde mich sehr freuen, wenn ihr auch den Kanal abonniert und sonst hoffe ich, dass wir uns recht zahlreich bei den Spielen sehen, unterstützen wir unsere Mannschaft und in diesem Sinne kann man wie einer. Vielen Dank.